Drei Gründe, warum Haustiere gut für deine Gesundheit sind. Nummer 1. Herz-Kreislauf Hundeherrchen und Frauchen haben ein deutlich geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen als diejenigen ohne Hund. Nummer 2. Stresslevel Laut einigen Studien sorgt Haustierhaltung für ein geringeres Stresslevel, da der Umgang mit Tieren entspannend wirkt. Nummer 3. Weniger Körpergewicht Menschen mit Hund bewegen sich mehr und sind viel draußen. Deshalb erreichen sie eher das empfohlene Maß an körperlicher Aktivität. Um keine wissenswerten Inhalte mehr zu verpassen, lass unbedingt dein Follow da. Wir würden uns mega darüber freuen.